Nein, den Schlüssel kann ich da leider nicht nutzen. Das kann ich nicht zerdeppern. Das wäre... Damit habe ich jetzt was geschlossen. Ja, den Weg zurück. Hier liegt auch nichts auf dem Boden rum, bei der Leiche. Ja, ich wüsste schon gern, wie ich hier reinkomme. Dafür bräuchte ich einen Schlüssel. Hm. Was auch immer hier drin war, habe ich raus. Okay. Die beiden waren auch. Ja, hier ist unser zu säubernder Bereich. So. Ja. Ja, wir haben jetzt das hier dispelled. Und damit den vorletzten Dispelled, den wir auch dispellen können. Jetzt gucke ich mir mal die Wände hier an, ob ich hier irgendwo noch ein Secret-Symbol finde. Weil wie die Detect-Symbol funktioniert, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Da, das hier... Da, das hier. Da. Da bräuchte ich eigentlich noch ein Headhunter-Trade. Was haben wir noch an? Ist nicht viel. Also von daher. Machen wir das so. Hier ist auch nichts zu sehen. Hier ist auch nichts zu sehen. Nö. Und das hier können wir irgendwie auch nicht zerstören. Doch. McGreed. Hey, das ermöglicht es uns da in dem einen Abschnitt im Kerker wahrscheinlich auch an die Sequelzone zu kommen. Der Schiff, der dürfte uns hier reinbringen, wenn ich das richtig sehe. Irgendwo. So sieht das jedenfalls aus. Aber das da kann ich nicht durch die Tür zerstören, oder? Doch konnte ich zerstören. Hm. Pardon Key. Okay. Das wird wahrscheinlich der Schlüssel sein, den ich an der Stelle brauche. Die kann ich nicht reinigen, oder? Nein. Ah. 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 Da hinten. Innovation Stone. Ice Magic. Das ist echt cool, dass wir jetzt Sachen zerstören können, die wir vorher nicht zerstören konnten. Aber es geht halt nicht bei allen Sachen. Es gehen wirklich hauptsächlich solche Einstürze. Okay, das bringt mich wirklich dazu, nochmal nach oben zu gehen dann. Mehr hat das nicht gemacht, nur hier auf. Mehr hat das nicht gemacht. Nur hier auf. Ah. Es hat hier was geöffnet. Da ist nur nicht sonderlich viel Besonderes drin. Venom Edge. Venom Edge. Weg mit dir. Also ja, ich gucke hier in Iktras, ziehe jetzt wirklich in jede Lücke rein. Die Wurfhexte interessieren mich nicht so wirklich. Das interessiert mich mehr. Ja. Jetzt bin ich nämlich hier drüben. In dem Bereich von Iktrasil. Hi. Okay. Gut. Das erste, was ich mache. Ich suche hier den Ort zum Reinigen. Das da kann ich garantiert nicht zerstören, oder? Nein, nothing to destroy hier. Mal gucken, wahrscheinlich hier im großen Raum, oder? Nein, hier ist es nicht. Da ist es. Ah, falsch, das können wir jetzt rechnen, danke. Oh, Champions gained einen Haufen XP. Okay, wow. Level 19, Level 18, Level 18, Level 19. Deggers und den Rest den Dodge. So, da können wir nämlich, wenn wir unsere Daggerbücher wiederfinden, die einfach benutzen. Ja, und hier ist ein Wisp-Shift, der mich weiß Gott, wohin bringt. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit mal, um kurz zu rasten. Also ich werde wahrscheinlich mir das Video hier nochmal ansehen müssen, um die Zeit stoppen, um den Text vollständig lesen zu können. Entweder habe ich jetzt da mit den Teleporter unten in den Horus Minen aktiviert. Was ich hoffe. Oder ich habe was anderes aktiviert. So, Wisp-Shift. Äh. Kriege ich den jetzt so von selber wieder hin? Ist ja jetzt doch eine Weile her. So war der. Ja, ich habe jetzt gerade was in Yggdrasil geöffnet. Erte. Das da sah so aus, als ob da was liegt. Just open the closing dam. Nichts, was man hier zerstören könnte. Sonst hätte ich nämlich irgendwie da hinkommen können. Weil hier ist der Shift und da ist der Weg zurück. Und hier ist auch kein Knopf, den ich drücken könnte, der offensichtlich wäre. Die Drachen kann ich garantiert auch nicht zerstören, nein. Und hier ist auch nichts mehr, was wir uns angucken könnten. Hier war nur das Secret und hier war nichts zerstörbares, genau. Okay, dann muss ich jetzt wieder hier hin zurück. Ah, hier wäre noch was. Noch ein Weg. Nee, der Brunnen bringt uns gerade nichts. Aber hier in der Gegend müssten doch die anderen Brunnen noch sein, oder? Nee, hier ist Bibliothek. Da war ein Wisp-Shift, den wir aber wahrscheinlich schon genutzt hatten. Ja. Ich denke, da war es nicht mehr so, dass der Brunnen war'sch, ich werde jetzt gesprochen. Vielen Dank.